Aufbruch in die Dunkelheit vor der Küste Tunesiens. Oberst Salah und sein Team nehmen uns mit. Es ist ein Einsatz, von dem sie bereits wissen. Sie werden heute Nacht wieder viele Männer und Frauen aufgreifen, die voller Hoffnung in ein Boot nach Europa gestiegen sind. Wir fahnden per Radar, schauen, ob etwas auf dem Echo erscheint. Und dann fahren wir dahin. Und wenn wir Migranten sehen, dann stoppen wir sie. Es dauert nicht lang und sie entdecken ein kleines Fischerboot. Zwölf Personen an Bord, die versuchen zu fliehen. Vergiblich. Der Ton von Beginn an rau. Die Beamten packen Schlagstöcke aus, drohen, als die Passagiere aufspringen. Setzt euch wieder hin, setzt euch hin. In jüngster Zeit mehren sich die Vorwürfe. Die Küstenwache würde die Migranten in Lebensgefahr bringen, deren Schiffe absichtlich kentern lassen. Das beobachten wir in dieser Nacht nicht. Wohl aber eine konfliktgeladene, gereizte Stimmung. Es ist nicht so, dass sie nicht gerettet werden wollen, wenn sie in einer gefährlichen Situation sind. Sie rufen uns um Hilfe. Aber wenn wir dann versuchen, sie an Land zurückzubringen, dann wehren sie sich. Sagen, sie wollen lieber sterben. Und es werden immer mehr, erzählt uns Salah, der den Job seit 30 Jahren macht. Die Fluchtursachen nehmen zu. Konflikte, Verfolgung, wirtschaftliche Not treiben sie über das Meer, wie diesen Tunesier, der sein Gesicht nicht zeigen will. Ich will ein besseres Leben. In Tunesien gibt es noch nicht mal mehr Getreide oder Brot. Und von solchen Problemen hört man in Italien nichts. Lampedusa und Sizilien sind nah. Mehr als 50.000 Migranten sollen seit Jahresbeginn dort angekommen sein. Noch viel mehr haben es versucht. Gut 1000 Euro müssen sie für einen Platz auf einem Boot auftreiben, das oft dann auch noch sehr untauglich ist. Einmal war Salah zu spät. Die Menschen trieben bereits im Wasser, als er ankam. Das hat mich lange beschäftigt und es tat mir sehr leid, dass ich nicht alle retten konnte. 22 Menschen konnten wir in dieser Nacht helfen, aber sechs oder sieben sind ertrunken. Das Sterben im Mittelmeer und die Angst vor einer Flüchtlingskrise führen in Europa zu einem neuen Werben um Tunesien. Dessen Präsident Kai Sayed bekommt nun viel Besuch von hochrangigen Politikerinnen und Politikern, die den tunesischen Staatschef bis vor kurzem eher gemieden haben. Denn Sayed ist ein Autokrat. Gestützt auf einen starken Sicherheitsapparat reißt er immer mehr Macht an sich, verfolgt und verhaftet seine politischen Gegner. All das hindert Europa nicht daran, eine, wie es heißt, neue Partnerschaft mit Tunesien auszuloten. Auch die deutsche Innenministerin reist an. Und Kai Sayed freut sich über die Aufmerksamkeit aus dem Ausland. Lassen Sie uns diese Situation gemeinsam lösen. Aber ich möchte auch nochmal wiederholen, Tunesien kann seine eigenen Grenzen schützen. Wir weigern uns, ein Aufnahmeland für Migranten zu sein. Sayed sieht sich in einer starken Position beim Aushandeln eines neuen Migrationspakts. Und so sind im Angebot etwa mehr Arbeitsvisa für tunesische Fachkräfte in Deutschland, erklärt Innenministerin Faeser beim Besuch einer deutsch-tunesischen Jobagentur. Das nordafrikanische Land solle dafür bei Abschiebungen besser kooperieren und mehr Geld etwa für Grenzposten und Ausrüstung bekommen. Es sind längst nicht nur Tunesier, die nach Europa wollen. Viele Migranten kommen aus Westafrika und jüngst aus den Konfliktgebieten im Sudan. Tunesien wird mehr und mehr zum Transitland. In den Küstenstädten harren sie aus, bis sie auf einem der Flüchtlingsboote unterkommen. Wir leben hier, schlafen auf Kartons. Und wenn es regnet, unter einem Baum. So, wie ihr den Ukrainern helft, die vor einer Katastrophe fliehen, solltet ihr auch uns aufnehmen. Wir sind alle Menschen und haben alle das Recht zu leben. Wir sind so müde und bereit, sobald es geht, über das Meer zu fahren. Es ist egal, ob wir hier sterben oder da draußen. Die Verzweiflung wächst. Und so auch die Zahl der Migranten, die Oberst Salah und seine Kollegin aufgreifen. Im Auftrag auch von der EU. Die finanzielle Unterstützung dafür wird nun nochmal um mehr als 100 Millionen Euro aufgestockt. Die Nacht ist vorüber. Männer, Frauen, Kinder drängen sich auf dem Hauptschiff der Küstenwache und werden zurück an Land gebracht. Salah weiß. Einige von ihnen sieht er wohl, bald wieder. Wir waren jetzt die ganze Nacht zusammen. Wie ihr selbst gesehen habt, die meisten der Migranten haben es schon fünf- oder sechsmal versucht. Wir greifen sie immer wieder auf. Und dann versuchen sie es wieder. Salahs Leute montieren zwar die Motoren ab, doch die Migranten finden ihren Weg. Immer wieder. Zu groß die Not auf dem afrikanischen Kontinent, zu groß die Sehnsucht nach einem besseren Leben in Europa. Unterdessen stapeln sich am Ufer die Boote, die die Küstenwache Nacht für Nacht zurück ans Festland schleppt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017